Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 16. Oktober Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Apostelgeschichte 2, Vers 40 Ist es nicht empörend, wie Petrus hier einfach alle Menschen in einen Topf wirft? Er nennt alle Menschen ein verkehrtes Geschlecht, aus dem heraus wird durch Jesus uns retten lassen sollen. Und dabei wird ausdrücklich berichtet, dass Petrus bei dieser Rede voll des heiligen Geistes war, dass er also im Auftrag Gottes so sprach. Gibt es denn nicht entscheidende Unterschiede unter den Menschen? Ist eine wackere Hausfrau nicht mehr wert als ein Traugenichts? Ist ein genialer Künstler nicht wertvoller als ein Halbwüchsiger, dessen Horizont durch Schlager und Partys begrenzt ist? Gilt denn ein fleißiger Arbeiter nicht mehr als ein Krimineller? Wissen denn die Christen gar nichts von solchen Werten? Sollen diese denn gar nicht mehr gelten? Oh doch, wir wissen darum. Und solche Werte sind sehr wichtig zum Aufbau der menschlichen Gesellschaft. Aber, hier kommt das schneidende Aber der Bibel, All diese Werte machen uns vor Gott nicht gerecht. Sie sind nicht imstande, uns zu erretten vor dem Zorn und Gericht des heiligen Gottes. Sie können keine einzige Sünde ungültig machen. Vor Gott gilt nur ein einziges, dass wir glauben an den Sohn Gottes, der unsere Sünde an das Kreuz getragen hat, dass wir mit aufrichtigen Herzen ihm nicht unsere Werte vorhalten, sondern unsere Sünden bekennen. Vor Gott gelten nur die Leute, so drückt es die Bibel aus, die gewaschen sind im Blute des Lammes. Die Bibel braucht da wirklich massiv das Bild vom Waschen eines schmutzigen Menschen. Darum ruft der Heilige Geist so ernst. Lasst euch erretten. Herr, bewahre uns davor, dass wir unsere Hoffnung auf Falsches setzen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. 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 Vielen Dank.